So, es geht weiter. Jedi Fallen Order. Den könnt ihr noch nix. Ah, wir waren hier stehen geblieben. So, ich wechsle mal wieder in die normale Ansicht. Ich muss noch mal rausfinden, wie man das ändert. Das Durchladen dauert ne Weinsweile, aber da sind wir. Ich sehe, dass ihr seht, dass wir ein Bild haben. Toll. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Wir haben ein neues Kameralicht. Es leuchtet bereits. Es sieht sehr professionell aus. Los geht's. Oh, falsche Taste. Noch die Taste 3. Oh. Hey, wer hat Leertaste gedrückt? Was soll das? Äh. Weee. Let's go. Das war ganz schön knapp. Hab nicht gefunden. Ich glaube, hier kann man splitten. lasst uns anschauen, was wir dort upgraden können. Hört sich gut an. Für die gute Sache. So, das Hack-Upgrade für gegnerische Droiden. Geht's dir gut, BD? Freut mich. Luftschuss. Sollten die Mantis an Funk. Thriller weiß wahrscheinlich, wo die ist. Funktioniert der Funk? Was ist die Zehn dazwischen gewesen? Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. So, der schnellste Weg darüber führt wahrscheinlich hier durch. Den werden wir auch so finden, den Weg. Wir müssen ja eh erstmal hier... Immer. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Nein, nein, nein. Wir wollen da noch gar nicht runter. Ja, das Video wird diesmal nur 30 Minuten lang sein. Ähm. Ja, zum wiederholten Male. Ähm. Die Kritik aufkam, dass die Videos tatsächlich zu lang sind. Ähm. Ich weiß immer nicht. Ich muss ja dann immer mittendrin unterbrechen. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann ja nur von mir selber sprechen. Jetzt probieren wir nochmal hier den. Ich glaube ich bin fertig. Ich habe ja einen Flüchtigen. Ich bin sicher wir werden dich besiegen. Na gut. Es ist zu schwer. Vorsicht. Er ist stödlich. Ich kann ihn besiegen. Ziele anpassen. Schluss mit Ausweichen. Ja. Wir wollen aus dem... Wir wollen aus dem wieder nach oben, oder? Keine Panik. Bleib standhaft. Was macht er mit seiner Hand? Wir wollen ja eh wieder nach oben. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber schön, dass wir die Brücke schon klar gemacht haben. Ja. Da wissen wir auf jeden Fall, dass wir später einfach... Aber da sind die Gegner eh wieder neu gespawnt. Also von daher war das total sinnfrei. Ähm. Ähm. Nur zur Info. Ähm. Demnächst. Was heißt demnächst? Wir sind jetzt Tag 70. 78. In den 100 Tage Aimlabs. Ähm. Ja. Ich werde in dem Video dann meine Sache dazu sagen, was ich denke, was dieses Programm eigentlich ist. Aber dazu mehr in dem Video, was dann demnächst rauskommt. Ähm. Das Tor aufmachen war tatsächlich nur eine Abkürzung. Wir können jetzt auch hier hoch, ja. Cool. Schwups. Schwups. Uh. Habt ihr das gesehen? Er ist durch die Wand. Er ist ein Jedi. BD. Wir müssen hier irgendwie durch. Was ist hier? Ich denke der Lift wird zur unteren Ebene. Was soll das? Die beten mich jedes Mal rein hier. Bewegung. Bestätigung abwarten. Fein. Hier ist ein Fein. Natürlich. Köpfe runter. Das wirst du bereit. Die warten jetzt einfach mal ab. Die schießen ja eh alle. Trinken einen schönen Kaffee aus der tollen Weihnachtstasse. Hilfe. Hilfe. Wir lassen wir dich bezahlen. Dafür haben wir jetzt gleich alle. Das ist super. So. Hier hinten konnte man speichern. Wir haben aber da oben noch was vergessen. Denke ich. Das ist hier die Fahrstuhlfolge würde ich mal sagen. Aber dafür sind die nicht zu lange. Hier sind wir durchgekommen. Aber warum ist jetzt das Energiefeld hier wieder? Ah ne. Es sieht nur so aus. Hier wollten wir kurz reinschauen. Das ist der Endboss Typ. Aber wir wollten ja hier oben noch die Brücke freimachen. Die ist ja hier. Hier. Schauen was es hier gibt. Hier ist bestimmt wieder nur. Und. Jetzt kommt man hier wieder nicht weg. Ist das bescheuert. Oh. Ja. Au. Ich habe hier nicht letztes Mal auch festgesteckt. Ja. Wegen. Wegen dem. Ja doch. Man konnte es nicht mehr loslassen. Das war sehr lustig. Ich weiß gar nicht ob ich das drin gelassen habe. Kann sein. Jetzt nehmen wir gleich mal Anlauf hier. Und es ging wieder nur um eine Kiste. Na gut. Wir wollten ja irgendwie eigentlich nicht die Kisten handeln. Weil es uns eigentlich nicht interessiert. Aber. Bitteschön. Neues Lichtschwertmaterial erhalten. Sehr schön. Das haben wir uns immer gar nicht gewünscht. Wir machen jetzt noch kurz den Boss hier platt. Weiß gar nicht warum ich den noch nicht gemacht habe. Ich seh dich Jedi. Ich werde durchkommen. nicht schlecht. So. Wir schmeißen den mal nicht runter. Schmeißen den mal nicht runter. Ich habe deinen Anlauf abgewertet. Wir wollen ihn ja scannen. So. Und jetzt sind wir wieder beim guten alten Pausieren. Und genießen. Viel Spaß. Ähm. Wir müssen ja außenrum hier. Wir müssen ja aufooken. Die Behandlung hat einen Relikt verstanden. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre falsch machte sie leichtsinnig. So, wollt ihr bestimmt lesen, ne, Pause, da Es fehlt nur noch der Doppelsprung, das wir ja nicht weiter können, oder? Aber es kann sein, dass wir jetzt, äh, wir müssen ja eh nur zu der, gab es die eine Abkürzung zu der Memphis? Ne, ich glaube nicht. Einen Punkt können wir vergeben, ich glaube für den nächsten, für das nächste Abkürbraum wäre glaube ich 3, für irgendeines der, oder? Ne, doch nicht, gedrückt halten. Das zieht einfach durch, das, äh, ist schon mal ganz gut eigentlich, so, mit in der Abkürb, gucken wir jetzt mal kurz auf die Karte, ist noch unerforscht, aber einen schnellen Weg zu Memphis gibt es hier lang nicht, ne? Mantis, 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 ihr wisst was ich meine. Jetzt können wir glaube ich auch mal hier in den Raum schauen, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt mal was einschalten können. Das ist bestimmt hier so ein Easter Egg, irgendwie, bin mir gar nicht sicher. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, schwupps. Ups. Mach das mal. Wir wollen eh erst den nächsten. Upsi. Na, ein bisschen schneller mein Freund. Dann haben wir doch das Echo Ding gemacht, naja, ist doch auch ganz gut. Sifu Schädel. Die Teule von langer Zeit einer technischen Punkt gestorben. Biubiubiubiubi. Achso, wollten wir wieder lesen. Den Sifu, Sifu, Sefu Schädel. Und deswegen waren wir hier. Schwuppsdiwupps. Gibt es eigentlich einen schnellen Weg weiter jetzt? Ich kann keinen entdecken. Hier lang, da lang, da lang. Fahrst du runter, Fahrst du hoch. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist der Weg durch den Stern. Ich würde erst mal an Land schwimmen. Der Weg durch den Sternzerstörer. Schneller, glaube ich. Ich kann mich natürlich auch irren, hier durch. Ah ne, es ist ja gar nicht der, hier ist doch das Ding. Naja. Wir gehen hier lang. Wir müssen ja eh nur zurück zu Memphis. Mentes. Ich werde es rausfinden, wie man das richtig sagt. Was war das? Hab ich schon erzählt, dass ich ein neues Mausbett habe? Ich glaube, das interessiert auch keinen, weil man das nicht sehen kann, weil ich hier auch gar keine Handcam mehr benutze. Was ist das denn? Was ist denn heller Ehen? Alter, was ist denn das jetzt? Du wirst die Broten niemals aufhalten. Es gibt Schlimmeres. Blunte für die Broten. Wir müssen ja mal gedrückt halten, ja. Das war ich ja noch nie. What the fuck? Das gehört zur Story? What the fuck? Hallo? Du? BD. Wo sind wir? BD1? Ey Kumpel. Wo steckst du? BD? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Wo immer hier ist. Ähm. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Irgendwas da hinten. Ist das ein Stromkabel? Ja. Ja. Er damit überbrücken. Hier kommt der einfach jetzt rein. So. Ja. Gut. Ähm. Dann machen wir das doch jetzt hier. Uiuiuiui. Hier sieht es so ein bisschen aus wie ähm. Ähm. Bei Jabba? Heißt der Jabba? Ne. Wie hieß der nochmal? Doch, Jabba. Das ist der fette Wurm. Die Luft ist kalt. Verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Oh, was ist das hier? Oh. Was für die eklige Viecher. Wer immer mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Ach so. Wo? Ich glaub es, 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 es sieht tatsächlich so aus wie. Die ganzen Viecher die hier sind. Äh. In Anbetracht der Tatsache, dass ich schon sehr sehr viele Spiele gespielt hab, die so sind wie dieses. Äh. Würde ich mal annehmen, dass wir in einer Arena gelandet sind. Ähm. Ja. Das äh. Nehmen wir den Stecker hier. Ne. Hier möchte der nicht rein. Was ist der Stecker? Der ist zu kurz entscheidend. Dann lassen wir den mal los. Kann man den loslassen? Irgendwie? Hallo? So. Dann stecken wir ihn einfach hier rein. Hier geht er rein. Sehr gut. Einfach irgendwelche Stecker irgendwo reinstecken, das äh. Funktioniert super. Das sieht gut aus. Okay. Ich denke mal, dass die Stecker sehr ungünstig angebracht sind für den normalen Geruch. Das hat etwas bewirkt. Ich führe es auf. Die Tür hier. Okay. Hier. Jawohl. Okay. Ähm. Mal sehen, ob ich einen Weg hier raus finde. Es kam relativ unvorbereitet hier, dass wir jetzt irgendwo gelandet sind auf einmal. Ich habe mir eine ganze Zeit eine Platte gemacht, wie wir jetzt am besten zum Raumschiff laufen können. Ich weiß nicht, ob man da überall, egal welchen Weg man gegangen wäre, eingefangen worden wäre. Vielleicht weiß es ja der ein oder andere und kann es mir in die Kommentare schreiben. Das wäre ja relativ nett, weil ich, ja, auf derlei Vorkommnisse nicht vorbereitet. So. Ich dachte, wir fliegen jetzt einfach zum nächsten Planeten und, äh, warum sind die alle tot hier? So, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Das interessiert uns die Tiere, die hier versteckt sind. Das ist nicht gut. Oh. Hier werden Viecher entsorgt. Strom, Strom, Strom. Ich denke mal, dass wir das hier, äh, splitten sowieso, weil wir sind jetzt schon fast 18 Minuten drin. Und... 25 wollen wir uns hier... Das können wir, hier können wir überall nicht weiter. Weil das muss alles gehackt werden. Unser kleiner Roboterfreund. Muss das erledigen? Vielleicht kriegen wir den ja als erstes wieder. So, okay. Ich habe mir gerade, wie gut, alles gemerkt. Hat er schon gehört hier. Gut, dass der so eingesperrt ist. Wo ist denn der Stecker hier? Unseren Kollegen. Gut, dass er das alles machen kann, auch mit einem großen Stecker in der Hand. Hier, vielleicht. Nö. Hm. Wie weit geht denn der Stecker? Geht das bis hier? Nö. Hm. Und da noch da? Okay. Aha. Oho. 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 Wir müssen einfach mal hoch schwingen. Das ist natürlich, äh... Auch gut gemacht. Jetzt können wir das hier... Grappeln. Wie. Okay. Das war jetzt mehr Zufall. Als als andere. Weihuuu. Wuhuuu. Uhuuu. Oh, ich freue mich auch dich zu sehen. Ich nehm dir mal den Haltebolzen ab. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Okay. Wir müssen jetzt zum... Ist das ein Fahrstuhl? Sieht's aus. Den Weg schaffen wir jetzt noch. Die Bubabu. So. Es sind echt mittlerweile echt sehr viele Tasten. Aber muss ich... Oh, was ist denn da unten? Hmm. Muss man da den Stecker von oben wieder reinstecken. Das heißt... Hmm. Falls ihr die Tür auch gesehen habt, die ist hier unten. Vielleicht haben wir noch die Chance, dieserlei zu klären, was sich da unten befindet. So. Müssen wir doch hier wieder die Stromverbindung klar machen. Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Wir haben ja unseren Kollegen hier dabei. Muss nie, das jetzt schon. Nee, warte mal. Wir haben hier Strom von da nach da. Das heißt... Der Strom muss wieder hier ran. Und dann... Ja, richtig. Richtig, richtig, richtig. Wow. Wow. Wee. Sch... So, ähm... Ich denke mal... Ich denke mal, dass wir uns die Arena in der nächsten Folge gönnen. Also... Ja... Morgen um 17.30 Uhr gibt es die Arena und ich denke mal, noch ein kleines Part weiter. Ein kleines Stückchen. Ähm... Vielleicht liegt der nächste Part auch eine Stunde lang. Ich muss mal schauen, wie viel Zeit ich habe, um aufzunehmen. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss! Das war's für heute. Das war's für heute.